Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Revelations und dem Beagle. Wisst ihr, wo ich ein bisschen dran denken musste, als Chris auf dem falschen Schiff war? Wer von euch kennt den Film Die Mumie? Von, ich weiß gar nicht, von wann der ist. Mit Brandon Fraser und Rachel Weisz. Der war cool, der erste und der zweite. Die waren wirklich gut. So für ihr Alter damals. Und da gibt es eine Szene, wo das Schiff von denen untergeht. Die sind auf dem Weg nach einer bestimmten Stelle in Ägypten, über dem Nil unterwegs. Und da geht deren Schiff runter. Und die beiden, also Brandon Fraser und sein Gegenspieler, ein Trottel, sind auf den unterschiedlichen Seiten des Nils. Und der Trottel sagt noch so zu ihm, du bist schon wehen, bla bla bla. Und der Brandon Fraser-Charl sagt nur, du bist auf der falschen Seite des Flusses. Irgendwie hat mich das Original daran erinnert. Keine Ahnung, aber es hat mich Original daran erinnert. Ist so. Wir sind auf der Queen Semiramis. Verdammt, ich habe kein Signal. Vielleicht kriegen wir sie wieder hin. Seid ihr zwei okay? Geschafft! Hier ist die Kacke am Dampf. Wir haben ein verdammtes Problem. Die Solar-Energy-Matrix wurde aktiviert. Die Satelliten, die Terragritze zerstört. Boss! Hol sie uns hier raus! Sorry. Sorry. Aber ich fürchte, das geht nicht. Mein eigener Chef hat mich sitzen gelassen. Episode 7. Regia Solis. Regia Solis. So. Eigenvariante des Beagles. Sir, was geht da vor? Eure Zeit ist umfürchtig. Eine Rettung ist unmöglich. Warum? Chris wird mit dem Schiff nicht rechtzeitig bei euch sein. Chris, ist der okay? Keine Zeit zum Reden. Ich versuche den Angriff zu stoppen. Ende. Verdammt. Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Ist das so? Alter, nichts ist durchgeladen. Dieses Monster hat mich echt viel gekostet. Lad mal alles bitte durch. Hier, Jackass. Der Chef hat mich informiert. Oh, Kacke, das kommt auch. Ich bleibe nur noch eins. Ja. Lenkt das Zielsystem des Ateliten ab. Okay. Und wie zum Teufel tun wir das? Ich weiß alles über dieses Schiff. Ich krieg's raus. Geht erstmal wieder rein. Ich melde mich bald wieder. Sorry, Leute. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass die Funksprüche auch über meinen Links durchkommen. Ist da was? Ich guck mal eben. Optionen. Audio. Ich dachte, das betrifft halt nur Chat-Lautstärke. Nee. System. Karte-Karte-Anzeichen. Ja, natürlich Karte-Anzeichen. Einführung-Anzeichen. Bildschirm. Bringt mir auch nix. Nöp. Die zwingen mich dazu, dass das so bleibt, wie's ist. Ist okay. Okay, dann will ich doch mal schauen. Wo ich hier lande. Ich hab ja ein paar Sachen zum Öffnen jetzt, ne? Ach, der andere Aufzug davon. Gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt im Schiff uns umgucken. Ähm. Ja, ist nicht schlimm. Ich weiß, was ihr tun müsst. Ihr benutzt die Drohne. Was? Auf diesem Schiff ist eine Drohne? Ja, Veltro hat sie letztes Jahr für Angriffe benutzt. Es tut mir so leid. Der Container ist am Vordeck. Die Drohne setzt Täuschkörper frei, die das Zielsystem des Satelliten ablenken. Okay, dann sind wir unterwegs zum Vordeck. Gut. Beallt euch lieber. Quint Ende. Ich nicht. Ich bin nicht auf dem Weg zum Vordeck. Ich bin auf dem Weg, die ganzen Dings zu öffnen. Ja, ich verstehe. Ich werde alles versuchen, um die Re... Ich muss weg. Na? Wollt ihr mit Veltro sterben oder wollt ihr leben? Los zum Vordeck! Ich werde hier tun, was ich kann. Promenade. Ne, bei der Promenade war man nicht sowas nicht. Das ist eine wirklich interessante Frage. Ist das das Casino oder wie? Ne, ich meine... Nein. Ich bin ein bisschen verwirrt, Leute. Ich möchte doch einfach nur... Oder war das doch so eine Tür? Nee, da führt's nur in einen Raum rein. Also, das kann's nicht sein. Darüber die Promenade? Nee, Leute. Nee, nee, nee. Nicht die Promenade. Das muss auf der anderen Seite sein. Hier quasi lang. Nee, da ist das Casino. Ach, wie weird, Leute. Ich muss da hinten hin. Ich bin da unten. Halle, Promenade, Deck, obere Kabine, untere Kabine. Da will ich hin. Wie komme ich denn da hin? Über... Über die Promenade komme ich da hin? Ist doch gelogen, oder? Wobei, da könnte ein Aufzug sein. Ist doch nicht ein Aufzug? Oh Gott, Leute. Meine Orientierung ist wieder so richtig for the win. Nicht? Schnell, sieh. Die Drohne ist in for that. Hm. Ja, ich muss hier durch. Dann komme ich zu einem Aufzug, wenn ich das richtig verstehe. Die sind alle tot, aber warum? Hm. Ah, Beams ist so verwirrt, Leute. Ich bin... Was? Bin ich jetzt falsch... Ich bin falsch gegangen, Leute. Ah, okidoki. Äh, warte. Ja, ja. Nee, bin ich generell falsch gegangen? Oh mein Gott. Orientierung. Nee, hier ist nichts. Nee, es muss hier sein, Leute. Also ich erinnere mich, dass ich mich nicht zum ersten Mal bei der Promenade verlaufe. Wo, 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 wo. Was ist das? Nein, 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 nein. Nein. Meine Fresse, ne. Ihr Echsen. 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 Okay. Ui! Komm rein! Aber... Ich kann nicht mehr zu den anderen Sachen. Erstmal zur Brücke, Leute. Erstmal zur Brücke. Du darfst gerne die Klappe halten, Parker. Ich bin beschäftigt. Ich habe überall Zeugs übersehen und das will ich ändern. Ich glaube, hier lang, ne? Ich glaube es, Leute. Ich glaube es. Sicher bin ich nicht. Es könnte sein, dass ich hier richtig... Jaaaa! In der Kabine vom Käpt'n ist, glaube ich, auch noch was. Aber... Oh, was ist das vor dem Deck? Da gibt es ganz viel. Brücke, da ist nämlich auch noch was. Aber ich meine eher... Obere Kabine, untere Kabine. Ah, obere und untere Kabine. Ich habe Parker schon wieder vergessen. Boah! 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 Hatte ich den jetzt oder nicht? Doch, ne, 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 hatte ich nicht. So, wo war jetzt dieses dämliche, ähm... Hm, hier nicht. Hier offensichtlich nicht. Ich find das schon. Ich find das, Leute, ich find das. Hm. Jetzt bin ich hier. Diese hässliche Scheißkarte, ne, Leute? Die ist, die ist freudig. Wenn ich es richtig verstehe, dann nicht hier. Hm, nein. Ich versteh's nicht richtig. Dann wohl hier? Boah. Boah. Alter, was macht die Olle denn hier? Ich muss jetzt wieder zum Aufzug zurück. Na? Aua. Es ist Rachel. Sie lebt noch. Sorry. Ich habe leider keine Zeit zum Spielen. Ähm. Ich tu so, als hätte Parker das nicht gesagt. Okay, Leute, ja. So. Und jetzt zum unteren Deck. Ja. Untere Kabine. Parker, bist du mit drin? Nein, Parker ist schon wieder nicht mit drin. Hm. Oh, was macht die denn? Alter, wie? Eventuell laufe ich einfach vorbei. Bin ich hier richtig? Ja, also irgendwie bin ich hier richtig. Parker, du findest mich hoffentlich bei Zeiten. Ich bin hier nicht richtig. Ich bin hier nicht richtig. Scheiße. Ach, da ist er ja schon wieder. Hi, Parker. Na, du Schnäpfe. Ist die überhaupt tötbar? Nein, 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 nein. Ach so. Ah. Okay. Äh, nee. Leute, was? Oh nein, ich muss ganz nach da hinten hin. Au. Dämliche Dreckskuh. Wie kommst du eigentlich überhaupt hier hin? Oh, wieso? Sind das mehrere Rangels oder was? Anders kann ich es mir doch nicht erklären. Objekt gefunden. Objekt. Abschiedsbrief. Die Schrift ist klein und zittrig. Das war's für mich. Ich hab nur noch eine Kugel. Die bringt mir in meinem Kampf nicht wirklich viel. Nein, die Kugel ist für mich. Macht's gut, Leute. Das war eine schöne Zeit. Äh. Nee. Ja. Nee. Dafür bin ich jetzt hier runtergekommen. Really? Ach Gott, was? Komm. Parker. Zum Aufzug. Ja, tut mir leid. Ich suche nur den Aufzug, wenn ich... Aaaaaa. Aua, 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 aua. Wie sie auch noch kichert, ey. Hm. Komme ich da ran? Oh. Oh. Nein, ich komm... Oh Gott, ich bin auch noch in die falsche Richtung. Ja. Nein. Tschüss. Versuch's doch. Parker. Nein. Oh, du dämliche Schnäpfe. Geh und verpiesel dich. Ich geh jetzt zur Brücke. Komm rein. Bist du jetzt mit drin? Du bist jetzt mit drin. Nein, hoffentlich war es das Spezial... Hoffentlich war es das, äh, wert. Wollte ich grad sagen, bis mich Parker unterbrochen hat. Parker, unterbrich mich doch nicht, wenn große Mädchen reden. Hm. Okay. Ich weiß, dass es hier nicht nur den Aufzug gibt, Leute. Sondern auch... Zimmer. Richtige. Genau. Und hier war doch, äh... Meine ich... Nicht? Nee, bin in den falschen Raum. Und dann war es hier drin. Wird sich schon lohnen und rentieren. Illegales Zubehör. Set. Perfekt. Komm, Parker. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Sagt der Beagle, während er sich die ganze Zeit verlaufen hat, ne? Ist okay. Vordeck. Ich hoffe, Rachel macht mir das Leben nicht noch zur Hölle. Wo ist die Drohne? Oh, noch mehr Hunter. Ja, Gepeilung. Ja, Gepeilung. Oh, das ist doch lächerlich. Hunter sollten nicht in solchen Massen auftauchen können. Oh. Schaden vier. Schaden vier. Schaden vier. Ach, da war schon 20% drin. Ah, okay. Feuerrate... Komm, ja, alles. Hatte ich schon. Feuerrate stoppen. Okay. Okay. Okay, ihr Lieben. Ich mach dann jetzt hier ein Cut rein. Mal sehen, ob wir Jill und Parker retten können. Ich bin sehr gespannt. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Und haut rein. Und... Okay.